Hallihallo meine Lieben, es ist endlich soweit. Wie viele von euch bereits mitbekommen haben, erscheint mein Buch Gefangen, verliebt dich nicht in den Entführer am 3. März 2022 bei Buchsannung-Wahlbach. Zu mir. Ich heiße Jasmin Bauer und bin unter dem Pseudonym Miss J. Bauer bekannt. Bereits im Alter von 22 Jahren habe ich meinen ersten Erotik-Trailer geschrieben und mich seither auf düstere Mafia-Geschichten rund um das Thema Stockholm-Syndrom spezialisiert. Wenn auch ihr Bücher liebt, in denen es um dominante, reiche Männer geht, die durch Manipulation einer Frau den Kopf verdrehen und euch sexuelle Gewalt nicht abschreckt, dann seid ihr in meiner Dark-Romanze Gefangen genau richtig. Ja, zum Inhalt. Wie das Cover schon vermuten lässt, geht es um eine Dreiecksbeziehung voller Intrigen und Geheimnisse. Mia Thiel ist auf der Flucht vor ihrer Vergangenheit und versucht in Berlin einen Neuanfang. Dort trifft sie zum ersten Mal auf ihren extrem gutaussehenden Chef, der allerdings ein ganz persönliches Interesse an der impulsiven Kellnerin hat. Was sie jedoch nicht ahnt, ist, dass genau dieser Mann tief im Frauenhandel und Drogengeschäft steckt. Sie wird von ihm enthört und soll in einer Woche an den Höchstbietenden verkauft werden. Doch zu einem Überfluss ist da auch noch dessen sadistischer Geschäftspartner, der Mia selbst um jeden Preis besitzen möchte. Sie wird von beiden Männern vergewaltigt und erniedrigt. Um diese Hölle zu ertragen, beginnt sie ihre Gefühle mit Drogen zu betäuben und ihr eigenes Spiel mit ihrem Entführer zu spielen. Schafft sie es, den Teufel zu verführen oder vielleicht sogar am Ende beiden Männer den Kopf zu verdrehen, das erfahrt ihr in meinem Buch Gefangen verliebt dich nicht in den Entführer. Ihr könnt es jetzt bei Buchsalon Wahlbach bestellen. Um nichts mehr zu verpassen, folgt mir auch gerne auf Facebook und auf Instagram unter missjbauer. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!